Okay, quantos diferente? Quanto diferente? Planeta. Planeta, si. Quanto? Quanto? 9, 9. Quanto? Quanto? Diferente? 9. 9? Solo 9? 9 y... Ah, no. Más. Mucho, mucho. Mucho más planetas. Solo, solo... Teoricamente, bueno, hay 9. Si, para... Escuela, si, si. Cuanto tiempo es escuela? Entender. Cuanto tiempo? Yo? Escuela. Solo un día escuela o siete días? Siete. Siete días? Uh, mucho. Quanto horas? De las seis, siete, ocho... Siete, ocho, ocho, nueve, diez, once, once... Tres... 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 Tres horas. Tres. 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 Englisch? Englisch? Habe ich Englisch? Nur ich? Warum nicht? Es ist sehr wichtig, Englisch. Die Zukunft mehr Menschen hier sprechen viel Englisch. Weil die Touristische Geld ist. Ich brauche viel für mich. Wie viele Jahre hast du? 13 Jahre. Ja, für mich? 16 Jahre. 16 Jahre. Oh ja. Aber alle Schulen? Ja. Aber ich habe mehr. Ah nein, ich weiß nicht. Ich bin mit ihm. Im gleichen Grad, aber in anderen Autos. Ah, in anderen Schulen? In anderen Schulen? In der gleichen Schule. In anderen Schulen. In anderen Schulen. Wie viele Jahre ist die Schule hier? 5 Jahre. 5 Jahre? Sekundär. Ayer? Ja. Universität? Differente. Differente. Donde Universität? In Riva. Riva. Mucho... Mucho... Trafiker. Ich wohne hier. Ja? 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 Aber ich... 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 Entschüss! Und... Ich bin mir... einfach. Ja? Ok? Ufa. Muito lustig! Mutch du lustig!